Hallo, heute wollen wir euch mal diese Pflanze hier vorstellen. Eine Pflanze, die als essbare Wildpflanze gilt, als Heilpflanze, aber seit relativ kurzer Zeit auch als psychoaktive Pflanze, nämlich das kleine Habichtskraut. Das kleine Habichtskraut ist eine sehr verbreitete Pflanze. Wir finden es in Europa, in Asien, in Nordamerika, in Kanada, in Neuseeland. Also es hat schon fast die ganze Welt eingenommen sozusagen. Es hat schon aber auch gewisse Ansprüche, ist klar. Es ist eine Pflanze, die liebt Licht. Man sieht es ja hier, hier gibt es kaum Schatten, hier strahlt so richtig die Sonne rauf. Also wir haben es hier mit einer lichtliebenden Pflanze zu tun. Dann mag sie eher stickstoffarme Böden. Sprich, die finden wir zum Beispiel so auf Trockenrasen teilweise, auf Heiden, aber auch manchmal an Wegrändern, teilweise auch an Bahndämmen und auf Industriegeländen. Da muss man natürlich immer ein bisschen auch aufpassen, denn beim Sammeln, je nachdem, dass man das Gelände auch kennt. Also eine Heide oder so ein Trockenrasen ist ja tendenziell eher noch was Natürliches. Aber jetzt an Bahndämmen auf Industriegeländen, da muss man natürlich gucken mit der Schwermetallbelastung und sowas, ob man das wirklich riskieren will. Ja, stickstoffarmer Boden, den mag sie. Das heißt natürlich, wir müssen auch gucken, vielleicht auf Anzeigerpflanzen, die uns stickstoffarmen Boden sozusagen indirekt anzeigen. Nämlich durch ihre Abwesenheit. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel die Knoblauchsrauke haben, die Brennnessel, Klettenlabkraut, solche Pflanzen, die lieben ja stickstoffreiche Böden. Und da wo wir diese Pflanzen finden, da finden wir das kleine Habichtskraut eher nicht. Das kleine Habichtskraut wächst hier ja zum Beispiel teilweise in der Gemeinschaft von Kiefern, jungen Birken, jungen Pappeln, die teilweise so Gelände wie hier, die sich selbst überlassen sind und wo nicht viel wächst eigentlich so langsam wieder besiedeln. Also so in Gemeinschaft von verschiedenen Pionierpflanzen. Ja, es mag Licht und Pionierpflanzen und wenig Stickstoff. Also das sind erstmal so die wichtigen Punkte, um das zu finden. Das kleine Habichtskraut hat ein sehr markantes Aussehen. Zum einen haben wir direkt auf der Erde so Blattrosetten, die sich dort bilden. Und da haben wir Blätter dran. Die sind so teilweise eiförmig, ja recht länglich insgesamt. Und die Blätter sind sehr markant, denn sie sehen so ein bisschen aus wie Mauseohren. Ja, Mausohren. Denn ja, es wird teilweise auch Mausohrhabichtskraut genannt, die Pflanze und so. Also kommt eben wegen dieser Blätter. Das ist deswegen ja, weil sie so eine Form haben wie Mauseohren so ein bisschen. Aber sie sind auch sehr beharrt von der Oberseite. Also haben wir ganz deutliche Haare auf der Oberseite der Blätter, die richtig groß sind, so weißlich. Und auf der Unterseite der Blätter, da haben wir tendenziell eher nicht so eine starke Behaarung. Da sind sie eher so grau, silber, filzig. Da ist es also eher filzig, samtig, weich, flaumig sozusagen, kurz und weich beharrt. Ja, das ist so ein bisschen die Blattrosette mit den Blättern. Ja, die Blätter sind so ein bis drei Zentimeter oft in der Größe. Also das so in etwa. Dann auch ein ganz typisches Merkmal sind solche Ausläufer hier. Das sind oberirdische Ausläufer, die eben über der Erde entlang wachsen. Die können bis zu 30 Zentimeter lang werden. Und auch die sind beharrt, wie man hier sehen kann, und bilden eben auch so kleine typische Blätter aus. Und dann am Ende entsteht dann auch wieder so eine markante Blattrosette. Denn es ist eine Art, wie diese Pflanze sich auch vermehrt. Aber nur eine. Ja, dann haben wir diesen Blütenstiel. Also erstmal natürlich zur Blüte überhaupt gesagt. Die Pflanze blüht von Mai bis Oktober. Also hat echt eine lange Zeit, wo die blüht. Was natürlich ganz praktisch ist. Und dann haben wir hier diesen Blütenstiel. Ja, der kann so zehn bis 30 Zentimeter lang sein. Der Blütenstiel ist auch etwas beharrt. Manchmal auch eher filzig. Also das kann durchaus auch manchmal ein bisschen variieren von Pflanze zu Pflanze. Und der hat keine Blätter, der Blütenstiel. Ja, das ist ein wichtiges Merkmal. Und dann haben wir eben oben dran diese markante gelbe Blüte. Die Pflanze gehört zu den Korbblütlern. Also hat dementsprechend auch Ähnlichkeit mit vielen anderen Korbblüten, die man so kennt. Und die ist eben gelb. Und ein markantes Merkmal ist dann eben auch auf der Unterseite sieht man das sehr gut von der Blüte. Am Rand haben wir so rote Streifen. Also auch ein wichtiges Merkmal. Ja, das ist so die Pflanze. Es macht natürlich Sinn jetzt so im Mai bis Oktober sich danach auf die Suche zu machen. Weil dann findet man die natürlich viel leichter, wenn sie blüht. Weil es sticht ja schon ein bisschen mehr raus als jetzt so winzig kleine Plattrosetten, die schon sehr unauffällig teilweise sind. Aber da ist natürlich dann auch dazu gesagt, die Pflanze mag tendenziell eher früh aufstehen. Denn sie blüht eher so von 8 Uhr morgens bis 15 Uhr nachmittags. Also jetzt natürlich nicht auf die Minute. Ist auch klar. Aber wer zu spät losgeht, der verpasst definitiv diese Blüte und hat es dann schwerer. Also früh aufstehen lohnt sich bei der Pflanze. Das kleine Habichtskraut enthält Flavonoide, Gerbstoffe, Bitterstoffe, Schleimstoffe und Kumarine. Eines dieser Kumarine ist Umbilifuron. Das Umbilifuron, das steht so ein bisschen in Verdacht für die später noch angesprochene psychoaktive Wirkung verantwortlich zu sein. Aber es ist nicht bestätigt. Umbilifuron wird sonst zum Beispiel eingesetzt in Sonnencremes, aber auch als Textilaufheller und hat antioxidative Eigenschaften. Außerdem wurden auch ein paar Triterpenoide da drin mittlerweile nachgewiesen. Eines davon ist Taraxasterol, was wiederum entzündungshemmende Eigenschaften hat. Das kleine Habichtskraut ist studientechnisch nicht besonders groß erforscht. Also klar, wir haben natürlich die ganzen Inhaltsstoffe, die auch alle einzeln für sich umfangreiche Wirkspektren haben, die dann wieder individuell erforscht sind. Zum Beispiel Schleimstoffe, Gerbstoffe, Bitterstoffe. Also das hat ja alles an und für sich auch eine Wirkung jeweils. Aber so das kleine Habichtskraut insgesamt, da gibt es eigentlich nur zwei Studien, die in vitro gemacht worden sind. Und in vitro heißt natürlich wie immer, dass es auf den Menschen nicht eins zu eins übertragen werden kann, sondern nur ungefähre Indizien gibt, wie es sein könnte. Und da ist rausgekommen, dass es antibakterielle und antioxidative Eigenschaften hat. Das kleine Habichtskraut ist vielleicht jetzt nicht die berühmteste traditionelle Heilpflanze, aber es hat trotzdem eine Tradition und Geschichte und das Hauptanwendungsgebiet, wo es verwendet wurde, ist als Diuretikum, also als hantreibendes Kraut. Aber es gibt auch noch viele weitere Gebiete, wo es angewendet wurde, zum Beispiel gegen Bronchialkatare, gegen allerlei Atemwegserkrankungen, Mandelentzündungen, gegen Geschwüre, gegen Durchfälle. Das macht zum Beispiel wieder Sinn mit den Gerbstoffen, weil das ja so ein Wirkstoff ist, der gegen Durchfälle eingesetzt wird. Und dann natürlich noch ein Gebiet, was ja ganz interessant ist, denn es wird angenommen, dass der Name Habichtskraut daherkommt, dass Habichte dieses Kraut essen und es ihnen deswegen die Sehkraft verleiht. Und deswegen ist auch eine traditionelle Anwendung, damit eben Augenspülungen zu machen. Also das ist natürlich nicht wissenschaftlich nachgewiesen und wenn ihr so was macht, dann macht ihr das komplett auf eigene Gefahr und Risiko hin. Aber das ist zumindest was so angenommen wird, was zu dem Namen geführt hat. Die Pflanze wird auch zum Beispiel von den Native Americans verwendet, dort gegen bakterielle Infektionen, allerlei bakterielle Sachen. Da ist da der Anwendungsbereich. Ansonsten ist natürlich auch noch die Sache, dass es einfach gegessen wird, eben als Wildpflanze, als essbare Wildpflanze, wo die Blätter einfach zum Beispiel in kleine Scheiben geschnitten werden und mit anderen Kräutern gemixt werden. Denn ja, die haben einen recht leicht nussigen Geschmack, vielleicht auch leicht bitter teilweise, aber eigentlich ganz angenehm, recht mild insgesamt eigentlich. Und dann auch noch eine Sache, eher so eine mythologische. Es wurde wohl teilweise auch aufgehangen, um einen Schutz zu bieten vor Hexerei. Kommen wir mal zur psychoaktiven Wirkung. Also erstmal sei zum kleinen Habichtskraut gesagt, es ist nicht das einzige Habichtskraut mit dieser Wirkung. Es gibt noch mehr. Aber nicht alle Habichtskräuter wiederum haben diese Wirkung. Denn es gibt weltweit bis zu 1000 verschiedene Habichtskräuter. Also eine ganze Menge. Und da muss man dann schauen, welche die haben, welche nicht. Ist wahrscheinlich bei allen auch noch gar nicht so richtig bekannt. Also von den heimischen Habichtskräutern gibt es unter anderem auch noch das orange-rote Habichtskraut und das Waldhabichtskraut, denen diese Wirkung auch zugesprochen wird. Ja, was ist es denn nur eigentlich für eine Wirkung? Also die Wirkung ist an sich, wird sie immer als Cannabis ähnlich beschrieben. Es kam auch damit auf mit dieser Pflanze in Dänemark, wo es eben als Cannabisersatz verkauft worden ist, das kleine Habichtskraut und dann eben auch so verwendet worden ist. Aber mittlerweile, klar hat sich das natürlich auch ein bisschen rumgesprochen und ist immer weiter verbreitet. Aber diese ganze Anwendung ist eben noch gar nicht so lange so existent in der Form und deswegen gibt es auch nicht sehr viele Erfahrungsberichte und auch nicht sehr viel Wissen darüber. Also man weiß zum Beispiel immer noch nicht genau, welcher Wirkstoff für die Wirkung verantwortlich ist. Man weiß nicht auf welche Rezeptoren das wirkt und wie das zum Beispiel mit einer Toleranzbildung ist. Also da gibt es noch ganz viele Fragezeichen und dementsprechend sind die natürlich auch alle ein gewisses Risiko. Weil was man nicht weiß, klar, das ist natürlich immer eine gewisse Restgefahr, die dabei bleibt. Auch gerade, wenn man das kombiniert mit anderen Substanzen, Medikamenten oder so, ob es da irgendwelche Wechselwirkungen geben kann. Also da sollte man schon aufpassen, auch wenn es ja eigentlich nur eher eine milde Wirkung hat. Denn die Wirkung, die dem Kraut so zugesprochen ist und die wir eigentlich auch so bestätigen können, ist eben eine leicht stimmungsaufhellende Wirkung, eine beruhigende Wirkung. Teilweise wird auch von einer euphorisierenden Wirkung gesprochen. Also das ist so in etwa in die Richtung, in die es geht. Wir finden auch immer noch eine traumintensivierende Wirkung. Das haben wir jetzt noch nicht so oft gehört, aber das ist unsere Erfahrung, dass es da doch anscheinend auch eine traumintensivierende Wirkung gibt, dass die Träume eben intensiver werden und auch das Erinnerungsvermögen dann am nächsten Tag an die Träume viel besser ist. Also möglicherweise hat es da auch irgendwie Effekte. Wie kann man es denn jetzt konsumieren? Also da gibt es ja verschiedene Wege. Eine Methode, die recht viel verwendet wird, ist es eben das zu trocknen und dann zu rauchen. Haben wir jetzt zum Beispiel noch nie so probiert in der Form, weil wir jetzt nicht so begeistert sind vom Rauchen. Da wird dem aber eine recht kratzige Wirkung, also ein kratziger Geschmack, eine Empfindung eben zugesprochen. Also es wird gar nicht so viel empfohlen. Dann wird es auch vaporisiert, also verdampft. Aber man kann es natürlich genauso gut auch einfach essen, wie schon angesprochen. Es ist auch eigentlich traditionell eine ganz normale Wildpflanze, die gegessen wird, die Blätter. Also man kann es auch einfach direkt essen oder sich einen Tee daraus brühen oder vielleicht auch eine Tinktur daraus machen. Kommen wir mal zur Dosierung. Wir können euch natürlich überhaupt keine Dosierempfehlungen geben. Also was wir so gelesen haben, was andere so machen, ist es, wenn sie es rauchen, dass sie so 500 Milligramm bis 1,5 Gramm rauchen. Aber wie gesagt, das ist keine Empfehlung. Das ist einfach, was Leute so machen in etwa. Was wir zum Beispiel machen, wir machen daraus gerne Tee und dann benutzen wir meistens 4 Gramm frische Blätter. Aber auch das, wie gesagt, ist keine Empfehlung, sondern einfach nur eine Erfahrung, die wir hier teilen, wie wir es machen. Ja, also das sind in etwa die Wirkung. Wie gesagt, cannabisähnlich wird auch als Cannabisersatz verwendet. Tendenziell ist es eher milder als Cannabis eigentlich. Also vor allen Dingen als jetzt so stark hochgezüchtete Sorten Cannabis, die mittlerweile ja fast nur noch im Umlauf sind. Da ist es doch wesentlich milder. Aber doch eben, da ist was spürbar. Und wie gesagt, es ist noch sehr unerforscht das Ganze. Also wenn ihr das sozusagen probiert, dann macht ihr da so was wie aktive Feldforschung. Also ihr riskiert da auch ein bisschen was, weil man weiß wie gesagt nicht genau, welche Wirkstoffe das auslösen und an welchen Rezeptoren das Ganze passiert. Ja und wenn ihr euch jetzt das kleine Habichtskraut besorgen wollt, aber euch jetzt da noch nicht so richtig ran traut ans Sammeln, dann könnt ihr es natürlich auch kaufen. Wir werden es euch auch verlinken in der Videobeschreibung. Denn ja, man kriegt es im ganz normalen Kräuterfachhandel getrocknet zu kaufen. Denn es ist ja eine völlig legale Pflanze und dementsprechend ist es auch ganz gut verfügbar. Und dann war es das auch mit dem kleinen Habichtskraut. Bis bald!